heilig 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 deine welt sind die heiden okay ich gehe auf jeden fall eine wenn sie hier ist dann bitte servus bereit nein ich bin bereit und bin bereit ich bin bereit ich bin so breit wie bereit ich bin schon drin in der aufnahme hallo herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge e.k.w mit dem chaos druck wie immer ich muss den namen gewählen wir wissen wer wir sind hallo wer bin ich denn wir wissen wer der baum hast du gerade gesagt weissen wir das wissen wir das weissen wir das hallo also ich wissen nicht dass ich wissen also ich weiß auf jeden fall auf wen ich zuerst jetzt gehen werde dann bin ich mir jetzt sicher genau schieß auf kathy kathy das gefällt mir schon mal gar nicht dass es so auf mich zielt jetzt mal ganz ehrlich ich zähle gar nicht auf kathy wow alter hilfe komm 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 von oben dann hast du mich gerade selber erwischt dann ja ich habe eine frage dann warum because genumpf ja geht es gut ja wieder weißt du kathy ja 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 der war schon gut dann nicht beschädig komm nein wie jetzt aus so teile runter kommen die noch nicht schütze dich jetzt weißt du wie pass auf das wird jetzt funktionieren oh das wird das wird wehtun Achtung nein da schießt auf mich ich sehe es oh nein au 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 außer ich ich habe auf dich geschossen super jonas danke dann da habe ich Bescheid bei wem ich jetzt erstmal bleiben werde tschüss so hm ich muss kurz überlegen das problem ist halt ich hab also ihr habt echt eine gute position ich bin halt schon ein bisschen am arsch ich auch das spiel hat mitleid gar nicht schießen okay ich habe doch bei der selbe ziel ich glaube ich glaube ich habe eine Ehre in den Chat das ist geil von tani Leute ich spiel gar nicht Schauk live, ich spiel'n Flipper Aber wie perfekt denn auch reinfacht Boah es war perfekt einfach alles abgeschellt Tani Es gibt einfach alles im Lageplan Alter Ich mag ihn mehr Das war doch nie mit Sky Also das hab ich jetzt gehalten Hey jetzt mal ehrlich Ne? Wenn's euch auch gefallen hat Ist das gut? Ich will jetzt nicht gleich übersteuern Ich bin sogar weggegangen extra Ich bin auch übersteuert Schon zehnmal wahrscheinlich Kann ihr immer drücken? Ich werde ganz sicher nicht schließen Es tut mir leid aber Oh shit Alles easy Ganz geschmeidig Ernst? Was ist denn los? Was ist denn los? Wie wird denn das wohl enden Wenn ich das jetzt so mache? Das würde mich interessieren Ich frage mich jetzt auch grad hier Ich könnte sogar Jonas ist ja wieder frei Oh Gott der Glänzer hat's grad richtig gebracht Bei wem hast du gemacht? Oh oh Einmal Hüpfer Einmal Hüpfer Das war nochmal Achso der Hüpft einmal Was war nochmal eine Schlange? Weiß Moment Okay sehr gut Gut Tage für die Antwort Dann hätten wir das schonmal geklärt Na dann schießen wir Na let's a go Na Jonas schau mal Boing Ja man Noch selber getroffen Alter Jonas Das war ähm Also Vor allen Dingen Ich hab mich selbst getroffen Mit meinem Schuss Ach das warst du Oh mein Gott Weißt du Ich hab von unten geschossen Das ist dann an die Wand Quatsch Es ist dann zuerst in das schwarze Loch Ist dann gegen die Wand Und ist dann zurückgeprallt Nachdem alle auf mich geschossen haben Ey Halt Meine Granate ist schön runtergerollt Oh Oh Hups Toll Das war ne Banane 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 Ich hab nur Scheißwappen Können wir jetzt ein wenig mal wieder Ja hab ich mir auch gedacht die ganze Zeit Der hat bloß Kacke gehabt Gut Und dann ne Scheißposition Oh Bläh Ich glaub jetzt kriegen wir neue Waffen oder Hä Nein Doch Ja Hier siehst du mal Also wenn das Wenn das klappt Ich glaub es ist zu niedrig Dann wird es jetzt Hä Ach der verziehen Ich will das neue Bären nicht Wie dein Leben Lukas Von mir was willst du denn jetzt Ich war auf Kati schießen Wenn wir jetzt einfach nur so Nein 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 Ich meine das nicht ernst War nur ein Scherz Naja Ich schwöre Genau Rutsch noch weiter weg Ich bin halt echt noch Scheißposition Ich bin gespannt Keine Ahnung was es ist Wir probieren es einfach mal aus Okay Okay Was ist das Wow Okay das Wie heißt das Teil Äh Zipper Ja Ah Hat Kati gerade irgendwie ein bisschen getroffen Ein bisschen Ein bisschen Ein bisschen Ein bisschen Ein bisschen ging gut Das ist mein Spruch Achso sorry Such den einen anderen Ich will nicht Oha was hat sie denn da Wow War das die Schlange Eigentlich gar nichts machen Die ballern sich gegenseitig weg Boah Kati Wie gut dass du was sagst Ich müsste Alter da nie so was Ich darf das mit tot Seit mehreren Runden schon nicht Wow Wie viel Glück kann man eigentlich haben Auf wen bezogen Auf Kati So viele Schüsse Nichts Warti hat sie getroffen Irgendwie Und da kommen wir zum Teil Ja So Na dann machen wir jetzt einen Feierabend Bitte trifft dich selbst Ich weiß nicht ob das mich selbst trifft Kann gut sein ja Dann bin ich tot Nein Ah super Oh 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 Gott sei Dank habe ich das gemacht Hilft das noch? Oh mein Oh mein Gott Oh mein Gott Das sieht jetzt nicht so gut aus Kati ist hier wirklich so die ultimative Zerstörung Kati hat sich grad selbst verbaut GG Kati würde nicht schießen wenn nicht du wär Du bist So ein Step Ich hab Was vorher Ich auch Musik ist so laut Kann ich auch nicht mehr einstellen Ich find die Musik passt grad voll gut zwischen dem Battle da Man hört bei Musik Bei mir die Musik glaub ich gar nicht Ich kann Nenfalls nicht so laut K.E.K.W. Nutz ich die Äh 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 Abonniert die euch Wenn man schon tot ist Wenn man schon tot ist Oh Boim 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 Ja das musst du gemerkt Es war dann keine so die äh Keine gute Idee That don't was a good idea I think so Was ist das denn was da rumschwirrt Höh das hab ich gar nicht ausgewählt Da war aber nicht schlecht So Ich muss ein bisschen So Ja ich bin geschütt Ich hab auch grad gedacht Dani du bist auch bei geschützt Alter Dani hey So Gönn dir die Guppies Oh Woah Glück gehabt Lukas Ach was Skill S S S C I L S C I L Let's go Let's go Let's go Wow Du hast ne Rauchvergiftung erlitten Lukas Aui Oh nein Oh nein Oh nein Ich weiß was sie machen will Du willst Ja Na gut Dann müssen wir das Spielchen wohl so spielen Na ja dann Jetzt kommt's grad jetzt gar kein Plan einfach nur macht irgendwas Oh shit Tadaa Der Schlingling Lutz Habs nur geschlagen So Ah Lingling Äh Oh Hunde Hunde Bolo Schade leider noch Überlebender Oh Bester Spieler Oh Sorry Ich zeige ich dir bester Spieler Ne Stand da Hüpfflos Jon Ja man ich bin reich bin globaler Rang eine Million irgendwas Ich bin reich Und ich scheiß auf alles Mach jetzt nicht den Hund aus Puss your daddy nach Nein 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 Das war ja letzte Ich bin bereit Ich bin bereit Ich bin auch bereit Ja ganz genau Ich bin auch bereit Mit der Krone seht ihr das Äh Danni 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 Ich mach eins schon Du wirst ein paar Sekunden gekickt Oh So als Horst So Okay Jetzt kommt Wow Jonas Wir haben das ein Boge von dir Weißt du was Lukas Ich würd sagen Lukas ich würd sagen wir schießen Wir schießen zuerst die anderen zwei ab Okay Seh ich genau Okay Warte Das kann sogar was werden Das könnte auch ein viel leichteres werden So I'm ready Komm Keine Ahnung was die Banane macht Vor allem in dieser Spalt zwischen uns einfach Ja Vielleicht bin ich bereit KIKW ist gespaltener Meinung Oh Oh Woah Woah Ah Jumals die Frühlache Blöd Vor allem Wisst ihr Ich find das echt gemein Weil ich hab auf Jonas geschossen Was Ich hab euch eigentlich gesessen Oh Du Ah nein die 62 schaden ich muss kurz mal ein bisschen ich will fahren hallo ich kann ich will ich will ein fair player sein und will nicht auf die schießen ja machen wir auch nicht was wir wollen und oder der war gut zu wissen er macht mich schon ich bin glücklich dass ich ein bisschen auf die seite abgesehen davon schießt du schon wieder auf mich was verdient dass du jetzt gleich tot bis ich werde alter war so ein kleiner mini hügel dann bitte warum das was habe ich dir getan jetzt mal ganz ehrlich real real sprache einmal hin alles drin ich bin ein freundlicher spieler unschuldigsten seelen die es auf diesem planeten gibt ihr habt mir mein vertrauen genommen dann wer trauen mit dem vertrauen jetzt wer auch immer das jetzt abkriegt übrigens lukas ich hab dich gekillt macht mich stolz auch wenn ich jetzt gerade schon als captain jack lucy ich habe den geschossen das war zu weit war es doch wert können sie jetzt sind nicht drücken und der der wettbewerb schütt er jonas guppi ist genau und jetzt wird es eng kathien noch relativ gut aus ich möchte dass kathie lebt und gewinnt wieder hier diese parteiische meinung ich bin ja nichts sagen aber ich habe 200 von 200 hp die zeit dass sie meinen hp verliert oh jonas legt los oh jonas nein alter ja jonas hat nicht gegen meine macht ankämpfen sollen das war dein fehler du weißt es selber jetzt guck was kann ich jetzt so für du alter du Arschloch jonas schießt durch das blaue mit leichtem schub du versuchst doch bringt mir aber auch nix na klar wenn ich pech habe wenn ich pech habe von oben nach unten ins blaue fällt wenn es blaue vor allen dingen ja von oben ins blaue er verfehlt ja genau das war nämlich der grund schießt auf die drohne jonas nein wirklich ja ich weiß sie schießt mich sonst ab ja genau warum helfe ich ihnen eigentlich gerade schuld gefühle ich habe die drohne getroffen ich habe die drohne getroffen ja jonas ich weiß mit dem helfe als hilfe au 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 das sieht man gar nicht mal ein hp einmal das ist noch wiederholt einfach das was dann ja es ist ich meine Prozent Prozent das sei durch ein so einig Prozent 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 ein Grab wird schon Prozent gekraben und ich merke es ist ein Zeichen das wird jetzt was dann liebten ja Wo ist denn die Bananen gegessen? Das kann man jetzt als positiv oder als negativ nutzen. Sie hat sie einfach gegessen. Richtig dreist. Das waren keine Pizzas da. Ist ja gut. Spannig. Ich liebe die Bananen. Habe ich gerade Pizzas gesagt? Das sind Pizzas. Oh shit. Mama, Katja. Mama, Katja. Mama, noch eine Runde? 99, schade Bier. Mama, eine. Mama, noch eine Runde? Warte. Ich habe eine Machen gekriegt. Tja. Eine machen wir dann. Ich schalte gerade so die Schlafen frei. Na komm, lieber Springen. Dann kommt Jonas. Jonas hat einfach 14 von diesen Medaillen da gesammelt schon, ey. Ich frage mich, warum ihr so wenig sammelt nur. Ah ne, ich bin lieber auf Schießen konzentriert. Toni? Du bist gleich gekickt. Schon wieder? Ja. Ja. Warum? Was machst du eigentlich in der Zwischenzeit immer? Keine Ahnung. Was mache ich in der Zwischenzeit? Ich spiele jetzt noch Shellshock. Oh, wir gucken jetzt mal. Ich habe was Neues, ja. Achtung. Ähm. Ich weiß noch nicht, was das ist, Kathi. Kannst du vielleicht ein bisschen zur Seite? Weil ich muss, ich muss das über dich schießen. Sie kann sich nicht bewegen. Okay. Kurz, kurz bitte ducken, Kathi. Oh, jawoll, das ist gut. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Du hast sehr viel Glück, dass du da in dieser Klippe hängst. Deswegen bin ich in diese Klippe reingegangen. Ha! Judas. GG. Oh, wow. Wow. Dieser Moment, wenn sich ein paar Zentimeter neben dir einfach so was öffnet, ne? Das kommt schon. Ich habe auch was Neues. Das hat ihr nicht gehört, Kathi. So, Leute. Nein. Wow. Au. 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 Ich dachte nicht, wer das macht. Nee, dann habe ich keine Angst. Sorry, nee, ich... Oh, Gott, los. Ähm. Du schreit Ihnen so ein kleines Mädchen. Nee, das war nicht, ich schneide das raus, Kappa. Aber Jonas hat's noch drin! Scheiße. Nice. Peace yet. Jonas, wir müssen über deine Aufnahme gehen. So. Von Mann zu Walnuss. keine ahnung was das hier ist kann man so viel glück habe ich bin jetzt ja weg was ist das ich habe keine ahnung wie sonst schießen soll was doch karte getroffen was kommt wenn ich zwar nichts gewinnt ich Aua Entschuldigung wenn du jetzt auf Jonas schießt dann hast du zuerst den Schaden ja aber wie soll ich da hoch das geht wenn du das richtige hast zum schießen genau oder ich mach das das mir das ich hab das heute jawohl das ganz unentschuldig ich möchte neue items haben ich auch vielleicht tötet ich mich jetzt damit selbst bitte tötet dich damit selbst wenn du es nicht machst mache ich es was Kathi Kathi dein Ernst das ist frech das ist ehrenlos so warte jetzt muss ich ich habe einfach keine ahnung was die was die Schlange macht deswegen ich probier's einfach mal ich hab sie die erste Runde bei Lukas benutzt ach du meinst die so warte das war die wo sie jetzt durch den Boden durchgefressen hat ja uuuu alter Kater ja mann mit der Schlange getötet du darfst dich nicht mit Länge die aufs anlegen ja ja ich hab halt schnell weg so also du hast dich mit der Fallschlange dicht by the way immer wieder gerne Jonas jo du weißt es ne was wir gehen auf mich ihr Mission Yield Felix wirst uns einhörer das ist oh ja kacke oh shit ich brauch Hilfe Jonas auch Jonas also könnt ihr euch mal gleichzeitig töten schaut euch mal euer HP an also wie lang soll das noch gehen mit euch zwei von Lukas hab ich das ja erwartet aber von euch ich weiß nicht wie ich wie stark ich zielen muss für oh shit oh mein Gott wo hab ich denn hingezielt frag mal mich ich hab uns andere Ende der Karte geschossen oh uuuuuh ah geil oh ah geil sooo dann probieren wir es doch ach komm Pett ich treff mich jetzt selber wahrscheinlich aber ich helf dir dabei danke das ist mein Spruch NEIN WAS WAS Oh, ich habe sogar fast noch Dani getroffen, ey. Komm zurück! Alter, das willst du auch nicht auf dich kriegen. Mann, ey. Deadline. Das kann doch nicht klar sein. Ey, guck mich an und guck Jonas mich so an. Jonas und so. Es ist nur noch Dani da. Ich meine, Jonas hat 198 HP von 200, Dani hat 162 und du hast 18. Das ist ein Argument, da muss ich jetzt... Leute, schießt doch einfach. Ja, Lukas, Mensch. Jawohl. Jawohl. Oh mein Gott. Gott sei Dank habe ich mir noch Heilung gegeben. Oh, gut so. Ja, nur noch 8 HP. So, komm. Jetzt ist es mal. Jetzt ist es nicht, Dani. Warum gehst du auf mich eigentlich, Dani? Was habe ich dir getan? Du lebst. Ups, sie ist zu viel. Was? Als ob das... Was machen die Steine da bei Jonas grad? Die Steine so ein bisschen... Die rocken so ein bisschen. Achso, okay. Wow. Wer muss noch zielen? Ich hab schon. Ich... Siehst du doch, man. Dani, ich finde das echt schade von dir, wenn du das jetzt wirklich so machst. Ver... Fehl eh. Alles gut. Oh mein Gott! Ja! Das ist sau. Töte ihn, Dani, töte ihn. Er hat sich anders verdient. Er hat wieder den King getötet. Okay, das war ein bisschen eingebildet. Das soll ich so jetzt nicht sagen. Auf Englisch klingt es eingebildet. So auch. Das klingt immer eingebildet. Und Dani, wie schießt denn du überhaupt? Stimmt auch. Dani, wo ist dein Läris? Der Läris. Oh, der ist gut. Oh, der ist gut. Nein, der ist nicht. Oh, der ist gut. Den meinte ich. Sieht immer krass aus. Deswegen. Hä, was macht du da, Dani? Ne, hört's nicht. Dani. Also, das Spiel ist gefühlt immer auf Jonas' Seite. Trotzdem. Genau immer, ne? Klasse. Jonas, komm. Also, jetzt muss man was Gutes machen. Ansonsten. Oh. Das war zu stark. Das war zu schwarz. Ah, wobei. Heilung. Jawoll. Heilung. Was? Warte, hab ich gerade Heilung bekommen? Was? Nein. Ich hab mir Heilung geholt. Weißt du. 76 zu 198. Dann sie mal wieder, wie einseitig das Spiel war, alle wieder auf. Nein, ich war das Karte. Jonas, tu endlich. Ja, du. Gute Schüsse müssen halt plant werden. Ja, deswegen reden wir nicht über gute Schüsse, wenn sowas kommt. Also. Ich war in der Testphase, ja? Er hat aber bestimmt noch einen Tastus oder einen Steinkriff oder sowas. Sparen sie doch nicht an. Jawoll. Boah, bei mir nichts getroffen, Alter. Ja. Und der Stein noch auf Dani geflogen. Oh, so. 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 Oh, guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Wenn jetzt Kamerzug kommt, dann trifft er sich jetzt selbst mit dem Loris. Ja gut, das ist mehr. Oh. Oh mein Gott. Ich hab mich trotzdem nicht getroffen, Mann. Oh nein. Aua, aua. Also ich hab diese eine kleine Stelle gefunden, Alter. Unglaublich. Drei Schaden. Alter. Warte, hat Dani drei Schaden bekommen oder ich? Du. Sonst sind ja nur uns doch nicht so freund. No fun. Oh, das, das wird defekt. Oh shit. Aua. Ach du Scheiße. Mensch, Dani, was machst du mit deinen Bananen? Dani, los jetzt. Volle Kraft. Hä? Oh shit, das war verkackt. Nein! Ich hab Shit-Chill. Ja! Du hast trotzdem Schaden. Oh man. Du hast trotzdem Schaden gekriegt. Aber nicht so viel wie vorhin. Luf. Ich weiß nicht. wo ich hin muss. Und du weißt, wo du hinschießen musst, oder? Ach, ich hab den Weg. Hey, Alter. Nee, jetzt mal wirklich. Komm mal da oben. Wie siehst du das? Ja, aber das geht ja nicht so lang. Das kommt nicht auf die Länge an. Och Mann. Oh. Oh. Au. Schluck, Schluck, Schluck. Endlich stich nicht mehr so auf der Kante, ey. Jetzt kannst du zurückfeuern. Nutzen Sie die Chance und feuern Sie ihm alles, was du hast. Viel? Wow, danke für nichts, Spalter. Nein! Du hast mich wieder gespalten, verdammt. Hahaha. Oh, da kommt wieder ein Stein. Was ist mit ein Stein? Nee, da fiel auf einmal ein Stein aus dem Nichts. Ich hätte nicht mehr so sagen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja. Ja, das ist gut. Neeiii. Neeiii. Ach doch. Oh, 60. Alter, jetzt haben wir ihn. Bleib auf dieser Polen. Alter. Prozent weiter die Schüsse von Jonathan hinging Aumann Jonas als er hat mich immer noch wobei ich ja jetzt erst recht dann los für mich lieben sein in seinem Todesgraben da unten mit ja wer ist geliefert ja die gehen weg drüber das war geplant ja eigentlich ja wohl alter ich treffe halt einfach nicht mehr jetzt baust du aber ab mensch was da los ich hab nur noch scheiße mensch das wird gut halt ich treffe halt einfach nicht mehr weil ich es nicht einschätzen kann das ist so kacke entschätzt richtig also wenn du jetzt normal ich weiß nicht warum bei mir nichts gegangen krieg bitte wieder ich ja ich bräuchte irgendwie machen oder so kannst du dich nicht bewegen doch ok gut tschöner ja mann ja mann ich kann das nicht einschätzen aber genau hab ich drauf getroffen naja jetzt hat schon geklappt dann ist der most famous player ja mann ihr habt den zipper freigeschalten jawoll Leute also ich muss sagen das war wirklich crazy also ihr habt es besiegt aber in der nächsten Folge eventuell nicht mehr bis dahin Leute wenn es euch gefallen hat wisst ihr was du tun hast dann sehen wir uns hoffentlich wieder in einer neuen Folge KEKW machts gut bis dahin ich weiß aber nicht was zu tun ist ich weiß aber nicht was zu tun ist Luca Jonas redet einfach immer in der Abmutter ja klar ich mein mann wir ist doch durchgelaufen ey mein jedes Mal muss der Typ das letzte Wort haben nein gar nicht wahr das andere Folge ja Untertitelung des ZDF, 2020